so hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen part world of tanks blitz so das ist schon die vierte folge und wir haben hier so eine kleine box die wir hier öffnen so ich würde mal sagen wir gehen hier jetzt mit unserem t1 heavy ins gefecht warten hier ein bisschen abstellgleis ist eine winter web so ah ja okay der gibt hier immer die gleichen tipps ich habe schon längst alle gelesen so jetzt mal laden hier dankeschön ich hoffe ich bekomme hier mal ein gutes gameplay hier zu schaffen weil ich werde oft sofort gekillt machst du hier du hast kein plan ja ich habe auch kein plan so da ist ein gegner aber krass direkt 260 schaden bekommen das ist sehr gut ich hoffe ich kann hier den kill mir einfach mal holen anzeigen nicht durchschlagen verdammt ja der erste gegner welche aus dem spiel genommen wurde so ich glaube ich mache hier jetzt auch ein paar spiele mehr und macht den part auch ein bisschen länger so würde sagen wir ist ob wir jetzt einfach mal 300 schaden hier abgewehrt haben und wir sagen wir standen hier seitlich noch ein treffer hier abgeblockt wurde ich würde mal sagen wir aktivieren hier dieses upgrade und da werden wir von allen seiten hier abgemuchsen so aber ich würde sagen wir flagen uns hier nicht so schlecht verdammt schade okay das war jetzt nichts gut dann spielen wir jetzt mal mit dem deutschen panzer so hier würde ich gerne das schöne stück hier holen und dann weiter hier zu einem von denen wechseln sorgen gehe ich hier wieder mal ins gefecht wüste was eine coole map so immer die gleichen tipps von längst gelesen und wieder drei stunden laden okay versuchen wir hier mal diese runde zu gewinnen und ein paar kills zu bekommen so los geht's ja so wir haben hier diese sehr kleine kanone ich finde hier sieht voll witzig aus so wie diese kleinen armen bei t-rex ist so der vergleich so gehen wir hier am zug vorbei so da wurde ein gegner aufgeklärt ich würde sagen wir beziehen wir beziehen hier stellung ich finde es auch witzig so diese bäume hier alle umzufahren können wir ihn hier abschießen natürlich nicht natürlich fährt er mich hier vor das gesicht so der ging nicht durch verdammt vorsicht da ist der m7 ja das war jetzt klar knapp daneben knapp daneben so volltreffer das will ich hören so verdammt jetzt hat er getroffen und er macht viel mehr schaden wer ist da denn man Panzerhund nicht geschlagen verdammt ich habe noch 300 kp ungefähr hp das sieht wieder hier schlecht für mich aus ich bin das hier dennoch zu ende so es wird hier der eine teammate von uns stark und bedrängnis gebracht aber wir kommen jetzt zur Hilfe und hoffentlich können wir hier den einen typen zerstören ja komm man der eine ist tot so was macht denn mein teammate da muss mich hier mal helfen man ja jetzt jetzt schießt du oder was jetzt schießt du oder was ok dann gehen wir halt hier zu der garage bitte warten wir machen ich würde sagen wir machen hier noch ein gefecht mit dem tier 1 heavy so ein gefecht wir gehen das gefecht ok was denn das für panzer hier kenne ich gar nicht wohl kv2 kenne ich artilda wolverin nie kenne ich aber t37 kenne ich jetzt nicht ok so also wenn der einmal trifft dann killt er one hit oder mit zwei hit stärkere panzer aber der macht so viel faden das ist echt unnormal so warum ist der eigentlich hier schneller als ich keine ahnung also der ist sehr langsam so ich hoffe wir gewinnen jetzt weil es ist ein bisschen peinlich hier immer zu verlieren wenn man auf meine wenn man auf meine siegesdifferenz guckt dann sieht man dass ich so 60 prozent gewinne und 40 prozent verliere was sehr schlecht ist aber jetzt würde ich sagen kommen wir zum wesentlichen wir haben hier einen kleinen hit abgegeben haben hier die grenze zerstört das ist noch schön so die wird jetzt da geschossen so na oh verdammt ich glaube ich glaube wir werden jetzt hier wieder komplett auseinander genommen oh der hier will mich hier umzingeln das ist völlig und die kommen jetzt beide vernahmlich ich glaube ich glaube ich bin jetzt von drei seiten hier haupts genommen so ja klar von von da habe ich jetzt auch keine chance ja das ist das ist mobbing einfach mobbing in world of thanks blitz wir können jetzt hier ein bisschen ausweichen aber das bringt uns nichts ja und da verlieren wir schon wieder ich habe keinen einzigen sieg heute geholt können wir gleich zur arabe gehen so wenn wir jetzt hier gucken meine statistik 55 prozent nur noch gewonnene gefechte so wir haben hier noch einen kleinen behälter machen wir jetzt hier mal auf so würde ich sagen gehen wir hier in die letzte schlacht würde sagen wir nehmen hier diesen deutschen goldenen panzer hier der ist immer gut der gefällt mir bis jetzt am meisten er hat am meisten hp ist eigentlich sehr flink da hat er kann man ihn nicht weiter upgraden oder so so gefecht beginnt in 5 4 3 2 1 so bewegung ja ich bewege mich ok so also wie ihr sehen könnt ist dieser panzer hier sehr flink flink aber dennoch rase ich hier erstmal ins haus herein gegen aufgeklärt war das gut das war ein guter treffer so ja komm hier ruhig raus perfekt dann ist einer schon praktisch aus dem spiel genommen so ich würde sagen wir zerstören ihn nein er haut ab ok man muss hier immer aufpassen dass kein gegner hier von hinten kommt so rum ah ja da ist er er komm ruhig komm ruhig warum sehe ich ihn nicht jetzt sehe ich ihn ne verdammt ich hoffe wir bekommen wenigst einsicht in dieser folge so oh nein ich werde jetzt haupt genommen von allen seiten hier traurig traurig anzugucken so ja gut das war es jetzt mit einer etwas peinlichen folge world of tanks blitz lasst ein like da ich hoffe bei der nächsten folge holen wir hier mal wenigst einen sieg so und dann würde ich sagen war es das und tschüss